Servus Leute und willkommen zu einem neuen Markt-Update bzw. Börsen-News-Update auf dem Finanz-WG-Kanal. Wir melden uns mal wieder aus der momentan etwas stressigen Prüfungsphase und haben gerade ein bisschen Pause und Zeit wieder Videos zu machen. Und ich würde sagen, wir fangen auch mal direkt an und schauen uns mal kurz den DAX an. Der DAX hat nämlich das neue Level von über 14.500 Punkten jetzt ziemlich gut gehalten und ist ja auch schon seit mehreren Tagen jetzt hier oben am Konsolidieren, am hier oben bleiben würde ich mal sagen und dann hat sich durch diesen Tag hier deutlich von diesen 14.000 Punkten, die ja eine besondere Widerstandsmarke beim DAX waren, quasi entfernt. Und jetzt befinden wir uns hier oben und haben einen guten Weg, hier vielleicht noch höher zu gehen. Jedoch sollten wir dieses Level von 14.500 Punkten erstmal sicher halten und dann, wenn der DAX sich dort wieder ordentlich konsolidiert hat, kann es natürlich weiter nach oben gehen. Jedoch befinden wir uns hier zumindest fast am All-Time-High. All-Time-High war 14.600 Punkte knapp, wir sind hier bei 14.550 Punkten gerade, also wieder ein guter Start in den Tag bzw. in die neue Woche. Ja, dann kommen wir auch direkt mal zu den ersten News und zwar geht es um VW. VW hat nämlich heute einen kleinen Pump bis jetzt hingelegt, plus 3% und das liegt daran, dass VW ein neues Sparprogramm angekündigt hat. Da geht es darum, dem Unternehmen langfristig bis zu 5% Kosten zu sparen. Das soll dieses Jahr bzw. in den nächsten 1-5 Jahren passieren und zwar soll das mit ein paar Veränderungen funktionieren. Diese werde ich jetzt auch erklären und zwar soll es einmal einen Einstellungsstopp bis Jahresende diesen Jahres geben. Dieser gilt aber nur für die, ich sage jetzt mal, alteingesessenen Bereiche. Für die neuen Zukunftsbereiche wie Digitalisierung, Elektrifizierung und die Batterieherstellung ist kein Einlassstopp gegeben, denn da handelt es sich natürlich um die Zukunftsmärkte und diese müssen immer mit Entwicklung und Forschung gefördert werden und da ist es natürlich falsch, dort einen Einlassstopp bzw. einen Einstellungsstopp zu verhängen. Dann geht es noch darum, dass VW Insidern zufolge 2.000 bis 4.000 Stellen freistellen möchte. Also sie wollen 2.000 bis 4.000 Stellen abbauen. Das ist aber nur eine Insiderinformation. Da kursieren auf mehreren Seiten verschiedene Zahlen bis zu 7.000 Mitarbeitern. Ich denke aber 2.000 bis 4.000 Mitarbeiter, also so die Mitte 3.000 Mitarbeiter, sollte dort realistisch sein als Zahl. Alles, was viel höher ist, ist vielleicht ein bisschen ein kleiner Clickbait von solchen Seiten, die das schreiben. Ja, was dann noch gilt, sind neue Modelle des Vorruhestands und der Altersteilzeit. Der Vorruhestand gilt quasi für Leute unter dem Jahrgang 1960 und darüber gibt es eine Altersteilzeit. Das bedeutet, die Mitarbeiter in diesen Jahrgängen können dann, also über 1965, glaube ich, bis 1975, können in Altersteilzeit gehen. Und also zwischen 60 und 70 und die Jahrgänge vor 1960 können in den Vorruhestand gehen. Und je nachdem, wie viele Leute diese Programme annehmen bzw. wie viele Stellen abgebaut werden, kann es dann zu einem Gesamtersparnis von 4 bis 500 Millionen Euro kommen. Ja, das erstmal zu VW durch diese News, dass der Konzern ja etwas sparen möchte. Sehen wir hier im Chart auch direkt wieder einen ordentlichen Pump, nachdem es hier wieder in eine kleine Konsolidierung geht die letzten Tage bzw. die ganze letzte Woche. Und vielleicht kann sich VW ja dann hier wirklich mal über die 200-Euro-Kursmarke begeben. Ja, dann zur nächsten News. Es geht um Lufthansa und zwar hat Lufthansa heute auch ein bisschen Aufwind bekommen. Und das liegt natürlich daran, dass am Sonntag die Mallorca-Risikoeinstufung vom Robert-Koch-Institut aufgehoben wurde. Das bedeutet, Mallorca gilt weiter nicht mehr als Risikogebiet. Und dahingehend erwartet Lufthansa natürlich einen erhöhten Mallorca-Reiseboom um Ostern herum. Und dieser hat sich schon laut Angaben von Eurowings, einem Lufthansa-Tochterunternehmen, bestätigt. Und zwar haben sie die Reisen, die es bis jetzt nach Mallorca gibt, restlos ausgebucht. Also die Flüge und haben deshalb 300 neue Flüge, also zusätzliche Flüge noch dazu eingeführt. Damit es natürlich nach Mallorca auch weiterhin für die deutschen Urlauber gehen kann, jetzt im Osterzeitraum. Das würde ich sagen, sind auch ganz gute News. Ne, doch muss man natürlich aufpassen mit dem Urlaub. Hingehend von Corona sollte man sich natürlich nicht jetzt in ein unbedingtes Risiko übergeben. Und wenn jetzt alle wieder nach Mallorca abhauen aus Deutschland, weil das als Urlaubsort wieder gilt, beziehungsweise weil man dort wieder hinreisen kann, ist das natürlich auch kontraproduktiv für die gesamte Corona-Entwicklung. Deshalb sollte man hier auf jeden Fall gucken, was man macht. Jedoch ist es für den Konzern auf jeden Fall wieder ganz gut, weil die Flugindustrie, beziehungsweise die Fluggesellschaftsbranche ist ja so eingeschränkt und hat so starke Verluste erlitten durch die Corona-Krise, dass sowas natürlich sehr wichtig auch ist, dass das jetzt vielleicht langsamer wieder in Richtung Normalität geht. Ja, dann gibt es noch eine kleine News zu Bitcoin und zwar hat Bitcoin hier am Samstag, glaube ich, das All-Time-High angetestet und zwar ist dieses jetzt bei fast 62.000, so 61.700, kommt natürlich auf den Exchange drauf an und von diesem All-Time-High ist Bitcoin dann auch wieder ordentlich abgebounced. Hier war das letzte All-Time-High bei 58.300 Punkten etwa und dann wurde hier ein neues All-Time-High durch diesen schönen Run-Up hier gebildet und wir sind hier jetzt wieder stark von abgebounced und sind hier gerade an der 200 Stunden gleitender Durchschnittslinie angekommen. Das ist natürlich schon sehr niedrig, wenn man davon ausgeht, dass hier immer Higher Lows stattfinden sollen und dass hiermit etwas gebrochen wurde. Jetzt muss man natürlich schauen, wie das kommt, aber zu diesem Crypto-Update, beziehungsweise zu zukünftigen Chart-Pattern und möglicher zukünftiger Entwicklung von einem Bitcoin-Chart, schaut euch doch gerne heute das neue Video auf dem Crypto-WG-Kanal an. Da machen wir jetzt auch wieder Daily-Videos über Crypto-Updates, also Bitcoin, Ethereum und andere Währungen. Und falls euch das interessiert und ihr da vielleicht auch mal etwas aktiveren Handel machen wollt, da Crypto ja auch ein endloser Future-Contract ist, das heißt nicht zeitlich begrenzt ist durch Wochenende oder durch Marktzeiten, ist es schon ziemlich interessant für Leute, die auf jeden Fall hier im aktiven Handel betreiben wollen. Und wenn ihr wollt, schaut da gerne vorbei. Wir machen da wie gesagt jetzt wieder Daily-Updates. Ja, das war es dann auch mit diesem Markt-Update. Falls es euch wie immer gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns zu einer Aktienanalyse oder zu einem Markt-Update morgen. Bis dann, ciao!